Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen. Aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich fülle ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Die Westen Union kommt raus. Ein weiterer Mix-Tap mit meinem Freund, DJ Goods. Er ist zurück in das Gebäude und spielt ein Buch-Mix-Tap. Schau mal auf das. Das fängt ja nach neun Jahren aus. Wann war das denn besprochen? Das sollte eigentlich ne Überraschung sein. Apropos Überraschung. Der eigentliche Grund, warum ich heute hier diesen Tisch... Ja, aber ich hab doch noch bestellt und zwar weil... Aber ich wollte doch heute mit dir hier hin. Ja, und wenn ich ihn nicht reserviert hätte, dann würden wir jetzt an der Pommesbude stehen und Rot-Weiß essen. Entschuldigung bitte. Ja, du hast gerade eben gesagt... Oh ja. Sag mal, macht deine Chefin nicht mehr Feierabend? Ah, die Lust schluss lieber aus wie ne Kabel-Sonnentüte. Ja, und wie er's mit sich machen lässt. Sag gerade der Rie... You're my heart, you're my soul. Gibt's nicht ein Lied mit diesem Titel? Keine Liebe mehr, weil ich sie nicht verdiene. Als ob ich sie jemals kennengelernt hätte. Doch. Doch, ich hab sie kennengelernt. îmü偷 Natale. Wenn das nicht nur was ist, geht es mal hin.